Die Skulpturprojekte in Münster geben Freiraum für Kunst in der Öffentlichkeit. Einer der Skulpturen ist der sogenannte Nietzsche's Rock, erschaffen von Justin Messeley. Er ist eine 1 zu 1 Nachbildung des Nietzsche's Felsen im oberen Gardien. Durch den Stein soll ein wichtiger deutscher Philosoph ausschlaggebende Erkenntnisse errungen haben. Das Grundgerüst besteht aus Gehhilfen von Münsteraner Krankenhäusern. Die zweite nennenswerte Skulptur ist das Privileged Points. Dieses Kunstwerk wurde von Neryl Bagramian erschaffen und schmückt den Ort mit schon errichteten Skulpturen von Richard Serra und auch Andreas Siegmann. Weitere Skulpturen finden Sie verteilt im Zentrum Münsters. Für nähere Informationen besuchen Sie die Website www.skulpturprojekte.de www.skulpturprojekte.de www.skulpturprojekte.de